Hallo, Herzlich Willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay, hier ist Lead for Speed World. So, ich habe beschlossen, dieses Let's Play zu begrenzen, weil ewig lange Folgen mache ich nicht mehr. Bei Folge 15 höre ich auf. So, los geht's. Also, es geht nur noch bis Part 15, dann kommt wieder ein neues Projekt. Ein Projekt. So. Weil es ist eh nur immer Wagenrennen und so und sonst nix. Und da kommen muss begrenzen, na, ein Fuß, ne. Ja, wo sieht denn da los? Okay, ich glaube jetzt bin ich bei Part 9 oder 10 schon, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Was wurde eine Freundschaftsanfrage-Geschicht? Richard. Ja, wer auch immer das ist. Ja, passen wir da oben, da blinkt fast. Warte mal, Klammern. Achso, wenn es euch gefällt, Daumen hoch machen, ne. Und, äh, Abo freut mich auch, Checker, alter. Äh, was haben wir denn hier? Welche Belohnung. Kann man sich irgendwas kaufen? Nein. Kann man nicht. Okay. Dann fahren wir jetzt. Ne, wir fahren nicht. Wir lassen uns hin beamen. Und zwar, äh, Teleport, teilnehmen, zack. Multiplayer. Mal gucken, ob noch in diese Uhrzeit jemand online ist, um ein Uhr nachts, um Need for Speed zu spielen. Wenn nicht, müssen wir, äh, Ding machen. Äh, 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 Blutzei. Polizei. Polizei. So, bis jetzt hier ein Fahrer kommt, könnte ich schon mal ein Duplo essen. Das mache ich jetzt auch. Äh, mal schnell in meinen Korb greifen. In meinen Nudekorben. So, nehmen wir mal ein Duplo raus. Habt jetzt bestimmt auch Lust auf ein Duplo, oder? Ja, ich habe alles da. Ich habe Duplo, Kinderriegel, was haben wir noch? Kitty Cat, genau. Ja, und Mandarinen. Ne, es muss auch mal gesund sein, ne? Alles voll Schokolade und mittendrin Mandarinen. Ja, keiner will fahren, mit mir. Schade. Also, wenn keiner kommt, dann mach mal, äh, hier. Polizei. Okay, kommt keiner, mach mal Polizei. Mh, das da, teilnehmen, so. Einzelspiele. Hm. So, genau. Und los geht's. Mit der Entkommen hier. Und los geht's. Oh, Krallereinheiten. Stufe 1. Oh, kann man da durchfahren? Nein, kann man nicht. Äh, ha. Voll die Zeiki rammt. So, da, die. Jetzt fahren wir hier rein. Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. Bebebeschädigung. Ich habe auch eine Sachbeschädigung, und zwar. Ja, sei es echt. Ich habe einen gewissen Körperteil. Oh, Fahrerflug, alter. Jawoll. Fahrer auf Stufe 2. Oh, Gott. So. Hier ist, sind auch ein paar, äh, Bullen. Was? Straßensperrungen umfahren? Ach, was. Es tut's weg. Hau ab. Jawoll. Notfallmanöberle. So. Ich spiele jetzt hier gerade nicht vor Speed in einem Feklitz. Ich spiele jetzt hier gerade nicht vor Speed in einem Feklitz. Achso. Ne, nix auch so. Jetzt rede ich hier. So, was ist 3 nochmal? Achso, Schwergewicht. Achso, Schwergewicht. Ah, okay. Halt ihn auf. Ja, halt mich auf. Das schafft er eh nicht. Krankes Miststück. So. Hör. Hab ich es jetzt geschafft? Oh, bitte. Ne, hab ich nicht. Aber da ist nur Polizei. Oh, Schiefer. Weg, du Taxi, du Taxi, du. Oh, Mann. Weg. Danke. Alarmstube 3. Wir sind jetzt auf Alarmstube 3. Ja, ich weiß. Ich weiß. Fünf Straßensperren umfahren. Okay. Ey, was will der dauernd? Geh weg. Hau ab. Schleich die. Verpiss die. Ja, wir haben ein anderes Polizeiauto. Genau. Hast ja eh nichts zu tun hier. Ja, ach was. Oh, da bin ich gut, oder? Oh, da bin ich gut. Festnahme wieder sehr. Ach, Scheiße. Oh, Mann. Funding Stufe 3, Alter. Was gibt's? Was gibt's denn? Ich muss hier Abkürzungen finden. Das heißt, es ist irgendwo rein jetzt. Oh, Gott. Wenn es hier reingehen würde. Aber drei Cops ausgeschaltet, echt jetzt. Weiß ich gar nichts davon. Ich tue Sachen, von denen ich gar nichts mehr weiß. Geil, ne? Ja, komm, 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 komm. Füll dich, füll dich, füll dich. Yes. Geschafft. Entkommen. Cool. Oh, der steigt, der steigt, der steigt. 6,8. Äh, näher in uns aus hässlicher Richtung. Wir sind in einer Minute da. Jawoll. Cool. Viel Geld bekommen. Nehmen wir die Mittel. Power-Ups. Alle Einheiten werden angesiedelt. Reifen, Reparatur. Okay. Und zu normalem Dienst zurückzukehren. Schön. Dann machen wir jetzt eine andere Polizei. Und zwar da unten. Teilnehmen. Einzelspieler. So, ja, ich bin bereit. In 3, 2, 1, lasst. Was ist jetzt los? Außer, gleich. Schmarrie wieder. Uh, zurück auf. Puh, puh, puh. Okay, rückwärts, rückwärts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwer gewischt. Höh. Oh, weg. Was ist jetzt da los? Oh, nee. Greifen. Fuck. No. Was denn? Hallo. Was ist jetzt los? Oh, nee. Jetzt fahre ich mit kaputten Reifen rum. Oh Gott. Nein, Werkstatt. Puh. Oh, ich baue eine Werkstatt. Ich baue eine Werkstatt, weil ich einen Planeten habe. Fahrerflöch, mir haben wir gerade vier Bullen einreihen. Na? Oh, Gott. Haut ab. Weg. Haut ab. Haut ab. Ja, gerade gerammt. Ach was. Was? Oh, nee. Oh, nee. Das ist der Reifen kaputt. Oh, Mann. Das gibt's nicht. Ja, ja. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja, ja. Schon recht. Entwischt. Erwischt. Der Einsatz ist beendet. Alles erledigt. Schon recht. Ich verspringen. Weiter. Ja, ja. Minus. Ja, schräg. Stützpunkt. So. Reparieren. Du Saftnasenbefruchter hier. Wo ist jetzt hier die Werkstatt? Äh. Autohändler. Genau. Willst du... Nein, nicht einen Wagen kaufen. Oh Gott. Wo ist das? Fahrer Individualisierung, oder was? Ah ja. Super Shop. Hm. Oh. Ja, was jetzt? Hallo? Äh. Hat er nicht. Äh. Super Tuning Workshop? Was ist denn das? Katapult. Na, das brauche ich nicht. Ich brauche schon, äh, Zubehör. Das wäre cool, wenn du was anzeigen würdest. Ah ja, Alter. Okay. Dann schauen wir mal. Räder. Räder. Genau. Die Räder im Bus. Äh. Was haben wir denn? Gar nix. Ne? Danke. Wir haben gar nix. Äh. Äh. Zwölfel. Kauf bitte das nochmal. Achso, da hinziehen. Genau. Kaufen. Kucka-Chaka. So. Ja. Ist das jetzt, äh. Ist das jetzt repariert oder nicht? Ein Stützpunkt. Stützpunkt verlassen. Jetzt schauen wir mal. Ja, es ist wieder repariert. Jawohl. Okay. Jetzt machen wir mal diese Polizei teilnehmen. Einzelspieler, bitte. Na. Bereit. Oh Gott, wo bin ich hier? In der Höhle. Ja, es ist ja schon gut. Ich feier schon. Ja, jetzt fährt er wieder normal. Wohl. Polizei gerannt. Polizei gerannt. So, wohin? Geradeaus. Okay. Gut, dann kommt ja einer. Ich stehe weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Wack, wack, wack. Weg. Okay. Ja, jetzt kann ich warten, oder wie? Das ist die kürzeste Flucht der Welt. Geil. Schon entkommen. Cool. Ich gehe einfach. Überspringen weiter. Komm, eins haben wir noch. Das war ja gerade, äh. Kindergarten. Da oben ist noch eins. still teilnehmen. So. Okay. Fahren wir schon mal. Tattoo. So. Verhandlungsstufe 1. Hier ist die Polizei. Oh Mann. Ja, genau, weg. Hau ab. Reicht die. Ach, die vom Packer. Nein, weiter um Gottes Willen. Die kommen schon wieder. Die Gangster-Polizei hier. War er flucht. Oh Gott. Das ist so. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. So, zwei sind wir schon. Was ist das? Das klappt jetzt. Super, super. Gott, Gott, Gott. Ja, 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 weiter. Ja, komm, 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 bitte, 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 bitte. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Richtung Süden. Ja, entkommen, jawohl, sehr gut. Sehr schön, weiter. Nehmen wir die Mitte, Power-Ups Nitro haben wir bekommen, cool. So, und dann nehmen wir noch daran teil. So, sind ja kleine Rennen, weil wir es ja schon können, wir schon probieren. Und los geht's. Das ist mit Verdächtigen bestätigt, ich bleibe trotzdem auf der Reihe. Aber sogar Nitro noch. Da-da-da-da-da-da-da. Und kritikiert jeder. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Der Fahrzeug ist durch die Straßensperre gefahren. Ja, der ist durch die Straßensperre gefahren, weil sie ist. Die Daten für die neue Straßensperre sind jetzt auf eurem Bildschirm. Versucht, ihn hier rüber zu treiben. Ja, komm. Jawoll. Sehr schön. Ah, scheiße, die Polizei da. Meine, 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 meine. Oh, Gott. So, ah, hu hu. Da fahr ich nicht lang. Da fahr ich nicht. Oh, Fahrt noch Stufe 3, oh Gott, oh Gott. Nee, jetzt wird nichts. Tschüss Die Drohle Ein Nagelbänder umfahren Wart Das Wo ist ein Nagelbänder So Oh Gott Nach links bitte Ja noch Na komm Danke Weg Oh Gott Oh Gott Ah wie der Polizei ist Das gibt es doch nicht Mensch Weiter 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 So Oh nein Geil Taktische Starteinheiten Oh Gott Hilfe Komm schon Komm schon Weg 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 Sehr gut Cool Das ist so geil Erwischt Erwischt Und ich kriege kein Geld Okay Sogar noch Minus Ihr Dreckschweine So Was ist das? Erfolge? Was ist los? Ich kriege noch Erfolge oder was? Ich habe alles geschafft Ich habe alles geschafft Du Hirngspitzt Doch Belohnung holen Flugzeit Geil Ja Was noch? Habe ich noch was geschenkt oder wie? Oder noch was grünes? Ah doch Da ist noch was Sofort geflucht Zehnmal Okay So das war es von Need for Speed World Dann bis zum nächsten Mal Tschüss